Musik Woher kennst du die Drachen vor? Von der Karprensonne. Ihr wisst schon alles, geht heute um Spielen mit dem Computer. Und wir freuen uns, dass ihr uns testet. Wir werden gucken, ob ihr wirklich Spaß habt. Wir erwarten das. Und ich glaube, jetzt geht das hier mal richtig zur Sache. Wollen wir den Gamefloor hier heute mal eröffnen? Und die Kinder sind schon ganz wild, endlich an die Computer zu kommen. Auf die Plätze, fertig und los! Tschüss! Ich bin der Abwechser in Mann. Also ich habe mich darauf vorbereitet auf diesen Tag, ich empfehle die Gäste, sie hat uns geholfen, wenn wir das nicht verstanden haben, es hat Spaß gemacht. In der Schule macht es nicht so viel Spaß, es macht mehr Spaß. Das hier macht am meisten Spaß als in der Schule. Und an der Xbox haben wir beide 70-30. Eine davon möchte ich weiter. Die dich aber interessieren und die uns weitere wichtige Informationen über das Ereignis liefern. Da waren 18 Fragen und wir haben alles richtig gemacht. Wir haben sehr gut gelernt, wir haben auch Punkte gesammelt. Und es hat Spaß gemacht. Den ersten, also das wollen wir beide heute schaffen. Wir sind ein gutes System. Ja, wir haben geschafft! Also das alles ist für den Nachwuchs, dass alle Erstklässler, Fünfklässler, dass sie alle schlau werden. Und wir haben gesagt, ihr seid alle heute Gewinner. Und ich möchte auch, dass ihr das mit nach Hause nehmt. Dass ihr euch daran erinnert, wie schön das hier war. 140 Punkten! Ja! Ja! Du voran! Oh nein! Yes! Die freuen sich wie die Großen, oder? Wie viele Monate! Bis zum nächsten Mal! Tschüss! 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 Tschüss!